willkommen mein name ist an die europäer und ich begrüße euch zuletzt bei super zwei spaß ultimate ich will mal klassisch modus okay okay wir haben bauser im letzten part ein bisschen abenteuer gespielt mit marv und ich sagen wir gehen so nach reihe also donkey kommen wir müssen zwei charaktere pro part schaffen also das geld aber immer wieder neue charaktere freischalten mit da zwar nicht so viel bringen aber man weiß ja nicht muss ja auch mal gemacht werden klassisch schnell weil man wenn die jetzt mal bosse und also mal kommen ich werde schon gegen dich wo ist jetzt so leise habe ich mir ein wenn ton des spiels ein bisschen hoch gestellt er war zu klein ich habe nicht getroffen und ein bisschen hoch gestellt vom spiel hoffentlich wird jetzt nicht mehr so leise mitten in die fressen er hat nicht mehr diesen einen ton und hier wurde er seinen kopf so bewegt seine hände hoch da bin ich ein bisschen schade mitten auf dem bauch geklatscht dann kommen wird langsam auch so main irgendwie mir bin ich ein bisschen besser als gedacht da wird schlagen okay dann krieg ich dich folgen kommen klatsch 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 auf meinen kleinen bruder zu gehen sind keine brüder oder aber 9 mitten in die fresse verdammt mit dem voll von seinen dingen ja wegkauern meistert aber wenn ich ihn halte heilig mich ach da ist sagen okay ich bin sie sind mal im falschen knopf gedrückt ich habe mit schaden hey er ist der richtige oder nein ich du mann sehr gut aber ich war noch im leben okay irgendwie hat die kong die meister ist der meister im kampf gemacht habe ich so das ist ein lukas jetzt hier jetzt mal mit dem ikon kämpfen ich habe ihn als erstes doch für nicht gemacht ja 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 er wird früher er sagt er war so dass donkey kong glaube ich so ein gegner er kennt es schon meine lieblingsstrategie ja schon meine lieblingsstrategie oha lange ist nicht krokodil noch das ist wenn das auto nein ich kann er nicht damit treffen weg eine kiste gefunden ist damit spiel was heißt denn aua ich muss hier raus nein gibt's nicht wer so geil wenn ich damit getroffen hätte ich habe 139 und vielleicht müsste ich nur gut zu treffen er dann sind sie raus platz die schnapp der ding ja doch kommt jetzt ohne so ein ultimate hat das wusste ich noch in klingen wollte ich habe jetzt in klink spielen mit dem mario master meint die sind voll schwer zu steuern oder merkwürdig zu steuern egal die lernen dann willst du denn mitten in die fresse mal direkt nicht machen aber ok ja ich habe es 22 schaden man ich habe den mann nicht ob ich die medien platziert man da kann man ja ja ich habe mich angemalt lege ich mir auf zu platz und 2 wurde mal schauen mario luigi ja da kann man auch nicht ja vor allem feuer angriff jetzt mit seinen komischen rakete rakete angriff weiß er glaube ich bestimmt irgendwie meilenstein wenn man die die kann die ganze zeit am leben melden was war geht immer mit dem auf auf die dickung zu gehen sehr gut also hat mit dem die fresse das gibt es jetzt nicht der stadt direkt vor mir mal her noch ich war da verdammt ich dachte ich war da in der mitte so einmal eine bombe wenn man würde ich nicht start von wer getroffen so ein blöder blödsinn bin ich schon wieder gestorben mal das hat boom genau so habe ich mir gedacht war jetzt mal jetzt schlag die bombe jetzt habe ich so auf screen die die einen in die fresse gehen weil ich liebe diesen angriff einfach unspektakulär und ich gebe einfach nur jemanden ein in die fresse genauso musste ich weiß was passiert wenn man was alles sagt mir einsammelt wenn man jedenfalls sehr viele sachen davon einsammelt wo irgendwo weiß ich war an man man weiß mich auf den armen egal zeit dann kommt es ein bisschen zu lahm fördert habe ich so gefühl geschafft ja habe ich und auch gott meistern und crazy hand aber nicht in final destination und scheint aber was platon dinger weit wo ich komme mit dem noch nicht klar so gefühl alter super jetzt kein guter kampf mit donk kommen habe ich so gefühl ich krieg die kaum getroffen mach dir da noch einer von dem zweck noch nicht da kommen wir an platz 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 da bringt überhaupt nicht so fit ist ding ich komme nicht vorbei hey boah junge alter alter zweimal frex war gegen die beiden auf einmal war ich noch nie so gut in jeden fall so crazy angriffe haben als 6,6 habe ich das habe ich es gut gemacht ich bin mir nicht so sicher da kriege ich jetzt nur hier von diesen credits dinger mir neue items diese dinger hier diese roten dinger oder pinken dinger die ich erledige jetzt nicht sicher scheint ja weiß ich nicht da ist immer so ein geschenk dingen also wenn wir das schon zu bedeuten haben oder je nachdem wie viele punkte ich habe ja ich glaube das ist da mehr punkte habe es so mehr geschenkt kriege ich am ende neue handhaft verpasst aber das sollte eigentlich spieler haben irgendwie so eine crazy nur einfach nur machen kannst du was mir spaß ist eigentlich schon gut spielen er findet dann ich meine leute so ach nee ist hier kein scheiß man das sollte ich wahrscheinlich dir die kommen frei nehme ich jetzt mal sehr stark an kann man dann direkt ausspielen habe ich wissen ist mein donkey kong charaktere also 3 war mario ja mario ist auch als erstes donkey kong aufgetaucht 1,5 millionen punkte um alle dinge als kriegen jetzt ausschaut warum ist auch ein timer so 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 für smash confirmed also für bananen dann zeigt mal dunkel kommen graf cannoli weiter ein neuer gegner pokémon trainer alles klar lange sind her zehn jahre und ich alle von dem erledigen oder nur kann ja im kampf wechseln du bist aber nicht red wohl doch eigentlich schon ne zu gehen überhaupt nicht eigentlich blöd das ist schon meine liebe strategie nein ich kann ihn auf eine möglichkeit erledigen kommen donkey kong setzt donkey kong setzt wuchtschlag ein naja dann mache ich dich eben so kaputt ja und nicht mitten in die fresse naja ist immer noch neben naja machen wir so der pokémon trainer kämpft und bett ja das war gott zurückgehen und was kaufen im shop ich weiß ja nicht wann die jemals restockt werden also ob ich immer irgendetwas machen muss oder so nein nicht lokal spiel ja ich will raus hier ja 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 mitte er kleidung dann waren das habe ich aus zählen ob er nicht aus kassel muss natürlich alles kaufen after burner nicht weil ich etwas kenne sage ich dann direkt immer ja da ist auch so und so also wenn dann sage ich schon bescheid ja dann kommen wir die kommen noch nicht freigeschneid er ist da muss als nächste natürlich die okay sorry ja 18 minuten ja zwei schaffen wir sagen ich ganz am anfang ja ich hatte schon pico wie viel trainer weil ich mir damit sagen die beiden charaktere low rank oder low tier oder weiß ich wie man nennt also spielen wie viel trainer da kann ich eigentlich alles noch mal okay und dann bomben genau boom der den gesehen war richtig abgezielt extra klasse king kairohr und ich kämpfe alter nein das hat spielt man so sagen muss ich weiß nicht todestens sofort tot voll broken extra klasse am anfang ist kein problem aber dann rob sehen schon charaktere die man noch gar nicht gesehen haben alter wenn man hier drauf geht ja da ist irgendwie voll schwer hallo die gar nicht hier erledigt weiter super denn ich habe mich da gar nicht bewegen mann jetzt bin ich da natürlich vielleicht jetzt sollte ich mal wieder aber war kann haben wir denn mal vor der dauerkunden er kommt gar nicht hoch junge stelle die ganze zeit da du bist so gefällig genau habe ich mir gedacht oh mein gott weil irgendwie sehr blöde konstellation von gegnern map also was was hat boom nun auch gut hat von einfach erledigt irgendwie youtube auch sagen du wak also kommt folge schild auf mich zu vielleicht nicht direkt in die menge hier ein rennen ich glaube ich habe es jetzt nur in so eine lava level herkämpft gerne und eigentlich alle andere leute hier machen wenn sie die spiele jetzt plan wenn ich nur mit einem charakter rumlaufen und irgendwie alle charaktere spielen so wie ich keine ahnung wenn ich mir so lang war jetzt genau wenn ich irgendwie in let's play von unten tels auf spiel gucke leute spielen immer nur den hauptcharakter und statt irgendwie meinen charakter zu wechseln ist finde ich irgendwie tod langweilig diese leute haben mehr videos als ich das müsste mal das verstehe ich klären wir mal einer hat noch dunkle samus auch diese würden das nehme ich mal raus so von gewusst ja man fange ich den kampf noch ein bisschen unter kontrolle versuche ich war jetzt rauszuschmeißen dunkle samus ich bin mit teilen der samus mitten gegen die fresse so war die level eigentlich auch im vierten teil ja komm her aber vor allem mal natürlich bist du voll aus reichweite gut ich habe ich noch getroffen gezeichnet irgendwie neuen erreicht werde diesmal versuchen wir mal alle dinge einzusammeln gibt es bestimmt irgendwas wenn ich wirklich alles einsammeln ich habe mich als eingeladen mit diesen einen habe ich irgendwie frage ich habe mich als eingeladen fehlt als ich wette es gibt irgendetwas da kannst du noch von der einen seite rein oder herr wie kommst du da oben bin ich verstehe muss irgendwie so rum wenn man er hat machen geschafft so bestimmt wenn ich irgendwie stimmt anzahl an punkte kopfgeldjagd durch den kopf smos märk klingt ihre route hier läuft wesen ist ein bisschen besser als mit don't come so gefühl hat was an nein lasst mich los macht er jetzt was hat der ding gerade kleiner gemacht und hier schneller rausfliegt oder was ich mache gar keinen schaden alter der angebrachter voll schaden und dann lass mich nein wer ist wo du auch schon wieso kann ich mein ding sich einsetzen eine rettung zum hofer zum teufel haben sie mich verarschen irgendwie den gemacht und dann konnte ich nicht direkt meinen rettungswurf machen mal ich wollte meinen ersten versuch hier schaffen schade geschafft da war es eine gute punkte zahl weil nicht 8.1 also das weibste was ich bisher gekommen bin also arbeit sakura das erste der benannt wird der typ der uns hier wie es mein spiel bringt google den typen einfach mal und dann seht ihr einfach nur wahrscheinlich so ein typen der irgendwie so seine hände wie so ein quadrat irgendwie sein erkennungs ding und ich weiß gar nicht was das bedeuten soll jetzt immer so nintendo direct streams irgendwie beginnen dann sagt er ich bin massagiere sakurai da macht er diese pose sagt einfach nix und tut einfach fort weiter reden als wäre nichts gewesen sommer eben stimmt irgendetwas nicht bombe bombenmangel bombenmangel aua naja schon wieder von so einem ding getroffen ist doch nicht nachher war so eine ganz kleine kugel um welchen charakter wir jetzt freigeschalten ich glaube nicht dass irgendwie was zu tun hat mit den charakteren die wir irgendwie nehmen im klassischen modus die wir spielen im klassischen modus welcher pokémon train abkommen als ich mit dunkel kommen gespielt habe also ja ich glaube ich hatte dann irgendetwas damit zu tun hat aber man weiß ja nicht einfach die reihe nach los außer ich kriege irgendwie einen interessanten charakter wie in klinge will ich sofort spielen wenn du kommen auf dem ich mich am meisten freue schon langweilig jedes mal diese crates hier zu sehen 72 mal haben wir machen aha bevor ich mir mit mir macht noch bock also jetzt nicht so langweilig hier leute die namen von leuten abzuschießen glückwunsch dann sag mal so muss und drei magische schwestern okay haha sehr gut genau ihren komisch haben wollte aber ich habe mir als heute in der wirable von dem charakter wurde ehrlich gesagt irgendwie merkwürdig ist weil ich habe den splatoon amiibo von mir schon und ja jetzt habe ich sozusagen zwei in klinge wie auch genau gleich aussehen weil eine andere pose haben naja ich krieg jetzt überhaupt glaube ich bin sagt mir ich tue dich freischalten nicht mal her jetzt trifft verdammt ja bei uns was deine denkelen kämpft und mit cool wenn ich gleich nächstes mal spielen werde wenn wir klatschen spielen so gold und schildbremse die super groß geworden sind in einem kampf mit laufenden einwachsenen gegner besiegen zurück den shop wieder hier schicken so ist abgast mündel tank mit anheit muss broken karakter von super spielmaus braun simon belmont thema gehört habe ich sagen katzenanzug kopfteil er hat zehn verschiedene kopf bedeckungen also habe ich sagen ich bin hier und in der nächsten folge sehen wir uns dann wieder im abenteuer modus vielen dank fürs zuschauen ich hoffe euch hat gefallen wenn ja hinter das bitte ein aber ein lecker kommentar das wäre super nett und dann sehen wir uns in der nächsten folge morgens ihr